Musik Wenn die Regenschauer vom Montagnorgen vorbei sind, wird der Tag richtig angenehm. Sonnen und Wolken sorgen dafür, dass es weder zu heiß noch zu kalt wird. Musik Der Montag beginnt mit Regenschauen und einem wolkenverhangenen Himmel. Dann, gegen Mittag, klart es so langsam etwas auf. Der Rest des Tages bringt also eine Mischung aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen bewegen sich im Tagesverlauf zwischen 17 und 29 Grad. Auch am Dienstag kann es örtlich zu Regenschauen kommen. Allerdings schaut bei Werten zwischen 15 und 29 Grad auch mal die Sonne hinter der Wolkendecke hervor. Der Mittwoch bringt Regenwolken, Wind und Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad. Ein Mix aus Sonne und Wolken hält der Donnerstag parat. Der Tag sorgt außerdem für Temperaturen zwischen 18 und 26 Grad. Musik Musik